Hallo, mein Name ist Philipp Stempfle. In der nachfolgenden Animation zeige ich Ihnen, wie und warum die Motordrehzahl ihres Hydraulikaggregates über die Ölkühlung die Öltemperatur reguliert und dadurch direkten Einfluss auf die Höhe ihrer Umsätze hat. Zunächst eine schematische Darstellung eines typischen Hydraulikkreislaufes. Hierbei stellt der Bereich der gestrichelten blauen Linie die Vorgänge innerhalb eines Hydraulikaggregates dar. Das Hydraulikaggregat erzeugt bei einer Öldurchflussmenge von 20 Liter pro Minute und einem Druck von 120 bar eine Leistung von 5 kW. Die Formel zur Berechnung der Leistung lautet Öldurchfluss in Liter pro Minute mal Druck in bar geteilt durch 480 ist gleich die erzeugte Leistung. Der Bereich der gestrichelten roten Linie stellt die Vorgänge innerhalb eines hydraulischen Werkzeuges dar. Im Folgenden wird von einer hydraulischen Freihandkernbohrmaschine ausgegangen. Mittels eines Hydraulikschlauches wird die erzeugte Leistung auf das Werkzeug übertragen. Die Freihandkernbohrmaschine kann maximal eine Öldurchflussmenge von 20 Liter pro Minute bei einem Druck von 80 bar aufnehmen. Dies entspricht einer Leistung von 3,3 kW oder 66,7 % der vom Aggregat erzeugten Leistung. Die überschüssige Öldurchflussmenge von 20 Liter pro Minute bei 40 bar entspricht einer Leistung von 1,67 kW oder 33,3 % der vom Aggregat erzeugten Leistung. Die Kernbohrmaschine verwandelt die überschüssige Energie von 1,67 kW mittels eines Überdruckventils in Wärme um. Die erzeugte Wärme wird vom Hydrauliköl aufgenommen. Die Öltemperatur des Hydrauliköles steigt auf bis zu 60 Grad Celsius an. Das auf 60 Grad Celsius erwärmte Hydrauliköl wird von der Kernbohrmaschine zurück zum Hydraulikaggregat geleitet. Im Hydraulikaggregat wird das erwärmte Öl durch den Ölkühler geleitet. Dieser wird mittels eines Ventilators belüftet. Je höher die Motordrehzahl, desto höher die Kühlleistung. Die Öltemperatur wird im Kühler auf Normalniveau von ca. 25 Grad Celsius gesenkt und zurück in den Hydrauliköltank des Aggregates gepumpt. Von dort wird es wieder mittels der Hydraulikpumpe bei 20 Liter pro Minute und 120 bar Druck mit einer Leistung von 5 kW an das Werkzeug gesendet. Die Öltemperatur ist ein entscheidender Faktor. Ist das Öl zu heiß oder zu kalt, so verändert das Öl seine Flieseigenschaften. Bei großer Kälte wird es zu zähflüssig und bei zu starker Hitze dünnflüssig. In beiden Fällen verliert das Öl seine Fähigkeit, die erzeugte Leistung vom Aggregat auf das Werkzeug verlustfrei zu übertragen. Zur Veranschaulichung dieses Effektes werfen wir einen Blick auf folgendes Kraftübertragungsdiagramm. Hierbei handelt es sich um ein Hydrauliköl, dessen optimale Temperatur zwischen 20 und 50 Grad liegt. Auf der X-Achse wird der Temperaturbereich von 0 bis 100 Grad Celsius abgetragen. Auf der Y-Achse die Leistungsfähigkeit des Hydrauliköles von 0% keine Kraftübertragung bis 100% maximale Kraftübertragung. Im nächsten Schritt wird nunmehr die Leistungskurve eingetragen. Bei tiefen Temperaturen ist das Öl zähflüssig. Die Leistung wird nur teilweise auf das Werkzeug übertragen. Mit steigender Temperatur steigt die Leistungsfähigkeit des Öls. Zwischen 20 und 50 Grad Celsius kann das Öl die erzeugte Leistung optimal auf das Werkzeug mit bis zu 100% übertragen. Steigen die Temperaturen über 50 Grad sinkt die Kraftübertragung. Bei 60 Grad Celsius beträgt sie 80%, bei 70 Grad 40% und bei Temperaturen ab 80 Grad Celsius sinkt sie unter 20% bis hin zu 0%. Daraus resultieren vier Temperaturzonen. In Zone 1, 3 und 4 erfolgt nur eine verminderte Leistungsübertragung. In der Zone 2 ist die Kraftübertragung optimal mit bis zu 100%. Die Folge arbeitet man im optimalen Temperaturbereich 2 eine Stunde, so benötigt man für denselben Arbeitsfortschritt in den Temperaturbereichen 1, 3 oder 4 bis zu 5 Stunden. Insbesondere im Temperaturbereich 4 ist praktisch kein messbarer Arbeitsfortschritt erkennbar. Die Werkzeuge weisen keinerlei Leistung mehr auf. Zum Teil müssen unproduktive Zwangspausen eingelegt werden, bis sich das Hydrauliköl wieder abgekühlt hat. Diese vier Temperaturbereiche haben somit entscheidenden Einfluss auf ihren Arbeitsfortschritt und somit auf ihren Umsatz. Somit hat die Temperatur des Hydrauliköles direkten Einfluss auf ihren Umsatz. Nur im optimalen Bereich ist der Umsatz auch maximal. Die Beziehung zwischen Temperaturbereich und Arbeitsfortschritt und daraus resultierendem Umsatz wird in folgender Animation dargestellt. Im Bereich 1 kommt es zu geringen Umsätzen. Im Bereich 2 wird aufgrund der 100%igen Kraftübertragung der Arbeitsfortschritt maximiert und somit auch der maximale Umsatz erreicht. In dem Bereich 3 sinkt die Kraftübertragung erheblich und verlängert somit die Arbeitszeit entscheidend. Dies reduziert entsprechend den Umsatz erheblich. Das gleiche gilt für den Bereich 4. Hier steigt aufgrund der hohen Temperaturen sowohl der Verschleiß als auch die Gefahr von ernsthaften Schäden entscheidend an. Um überhaupt arbeiten zu können, sind Zwangspausen zur Kühlung des Öls notwendig. Dementsprechend sind hier die minimalsten Arbeitsfortschritte und somit auch die minimalsten Umsätze zu erreichen. Da die Drehzahl des Antriebsmotors direkt die Belüftung des Kühlers steuert, sind maximale Motordrehzahlen für den Arbeitsfortschritt optimal, da maximale Kühlleistung das Risiko des Überhitzens minimiert und somit den Umsatz maximiert. Allerdings bedeutet höhere Drehzahl auch einen höheren Geräuschpegel. Bis zur Einführung der Geräuschnorm 2014 EG gab es diesbezüglich keinerlei Einschränkungen. Seit Einführung dieser Norm gilt, dass die Aggregathersteller einen Lärmpegel von maximal 101 Dezibel garantieren müssen. Diese Geräuschnorm hat unter Umständen erheblichen Einfluss auf die Motordrehzahl. Als erstes wird ein passender Motor von einem Hersteller ausgesucht. Bei Aggregaten mit Schallschutz wird hier die geräuschreduzierte Ausführung verbaut. Bei Aggregaten ohne Schallschutz wird der Standardmotor des Herstellers verwendet. In einem zweiten Schritt werden beim Aggregat mit Extraschallschutz noch zusätzliche sogenannte Schallschutzplatten verbaut. Beim Aggregat ohne Extraschallschutz werden keine weiteren baulichen Maßnahmen getroffen. Bei den Komponenten Kühler, Ventilator und Motordrehzahl werden beim Aggregat mit Extraschallschutz je nach Drehzahl und notwendiger Kühlleistung drei oder sechs flügelige Ventilatoren verwendet. Beim Aggregat ohne Schallschutz wird auch hier nur ein dreiflügeliger Ventilator verbaut. Montiert man die Kühlsysteme auf den jeweiligen Motor, so erreicht das Aggregat mit Schallschutz erst bei 3600 Umdrehungen pro Minute die Geräuschgrenze von 101 Dezibel. Das Aggregat ohne Extraschallschutz erreicht schon bei einer Drehzahl von 2800 Umdrehungen pro Minute die Geräuschgrenze von 101 Dezibel. Die erhöhte Drehzahl des Aggregates mit Extraschallschutz hat somit eine um 29 Prozent höhere Drehzahl und eine entsprechende höhere Kühlleistung als das Aggregat ohne Extraschallschutz. Bei Verwendung des sechsflügeligen Ventilators beim Aggregat mit Extraschallschutz ergibt sich eine um bis zu 157 Prozent höhere Kühlleistung. Im Vergleich zum Aggregat ohne Extraschallschutz mit dreiflügeligem Ventilator. Die erhöhte Kühlleistung stellt eine optimale Öltemperatur sicher. Dies wiederum maximiert Ihren Umsatz. Beim Einheitssystem ohne Extraschallschutz ist die Kühlleistung vermindert. Die optimale Temperatur ist schnell überschritten. Ihr Umsatz ist erheblich reduziert. Die daraus resultierenden Einnahmen sind nur ein Bruchteil der Einnahmen, die mit dem Aggregat mit Extraschallschutz erreicht werden können. Danke fürs Anschauen. Hier geht es zum Abonnieren, hier zum Kanal, hier zur Homepage und hier zur Playlist. Bis zum nächsten Mal.